Der DVW ist seit über 150 Jahren der Berufsverband Nummer 1 für Geodätinnen und Geodäten in Deutschland. Über 150 Jahre ehrenamtliches Engagement für berufliche Bildung, berufsständische Interessenvertretung und den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Wir sind hundertprozentig geodätisch. Der DVW ist Ihr Ansprechpartner für fachliche Unterstützung. Wir halten Sie auf dem Laufenden, was fachliche Neuigkeiten und zukünftige Weichenstellungen angeht. Wir sind bestens informiert. Als DVW veranstalten wir nicht nur jährlich die weltweit größte Kongressmesse Intergeo, sondern bieten Ihnen auch ein professionelles Netzwerk, befassen uns mit fachlich relevanten Fragestellungen in unseren Arbeitskreisen, bieten Fortbildungsangebote in Form von Seminaren, Workshops und Talks der ganzen Branche an. Wir sind nah am Markt. Unsere Fachzeitschrift ZFV und die DVW-Schriftenreihe sind hoch angesehen und werden kostenlos und digital zur Verfügung gestellt. Zu den übergeordneten Themen unseres Faches beziehen wir Kompetenzstellung, oft gemeinsam mit unseren Schwesterverbänden. Die Werbung für den Berufsnachwuchs ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Wir sind Mitinitiator der Webseite Arbeitsplatz Erde und der Instagram-Kampagne Weltvermessere. Bereits über 6.800 Mitglieder schätzen die vielfältigen Vorteile einer Mitgliedschaft im DVW.